Mich hat ein Paket erreicht und dann dachte ich, what the fuck, ich habe doch gar keinen Overdose bestellt, was ist das denn? Und war erstmal ein bisschen verwirrt, aber turns out, es ist doch die richtige Bestellung. Es ist nur in einer sehr verwirrenden Tüte. Oh nein. Ich hatte die nämlich schon mal auf und hatte auch schon mal dran gerochen und habe schon mal die Folie, Sticker, Banderole, bla 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 alles abmontiert. Und ich hätte sie wohl besser geordnet wieder da reinlegen sollen. Das heißt, das war meine Schuld, die waren nicht irgendwie von Werk aus am Siffen. Nach dem Saubermachen, wir haben drei neue Blackburn Flavor. Die kennen wir actually, zwei davon kennen wir schon oder aufmerksame SWG Zuschauer kennen die schon, weil ich habe die schon mit dem Husti auf der Inter Tabak probiert. Da waren die noch geheim, aber jetzt sind sie nicht mehr geheim. Und zwar sind das Summer Basket, wir müssen gleich nochmal gucken, was es genau ist. Summer Basket ist auf jeden Fall irgendwas Richtung Wassermelone, der war aber erstaunlich gut. Famous Apple ist ein insaneer grüner Apfel und Eisberg ist ein Supernova-Ersatz. Und das heißt, eigentlich haben wir zwei neue Sorten, Summer Basket und den Famous Apple und einen, der kalt macht, aber an sich keine Sorte ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist jetzt kein eigener Geschmack, der ist halt einfach nur kalt. Wir fangen an mit dem Famous Apple. Wir machen uns jetzt den Famous Apple und dann machen wir uns den Summer Basket und dann gucken wir mal, wie die sind. Also wie gesagt, bei dem Design kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt einfach nur so ein Vorab-Ding war. Das wird geändert? Ehrlich? Krass, das ist geil. Okay, Moritz hat gerade gesagt, alle Dosen werden so. Das sind natürlich... Ja, das ist jetzt bei allen Flavoren so. Also auch die anderen Sorten kommen jetzt in der neuen Verpackung. Also die neue Lieferung, die wir heute bekommen haben, ist komplett da drin. Geil. Also das Problem ist, dass der Wulst an der Dose ist jetzt zwar höher, aber der ist immer noch nicht hoch genug, dass ich mit der Gabel hier da dran komme. Aber man könnte ja jetzt gucken, dass man eine Gabel findet, bei der das funktioniert. Und unten hast du auch immer noch eine kleine Rille. Hier, dieser kleine Standfuß, sag ich mal. Auch kacke. Ja, also die Dose ändert actually gar nichts. Da habe ich mich für nichts gefreut. Guck mal, was ich da verloren hätte, wenn ich die nicht nochmal mit dem Finger sauber gemacht hätte. Und ich habe sogar mit dem Finger gerade noch nicht alles rausbekommen. Was interessant ist, beim Eisberg ist der Schnitt komplett anders. Und damit ihr es nochmal seht, hier sind unsere zwei Köpfchen. Wie gesagt, einmal im Element Relic und einmal im Cosmos Shot. Ich habe gerade den ersten Zug... Ach übrigens, wir haben ja jetzt die Verstärkung bekommen. Hallo. Der Mosi ist am Start. Ich habe gerade den ersten Zug genommen. Heilige Scheiße, das ist sehr kalt. Also ich glaube, die Hälfte am Eisberg hätte absolut gereicht. Probier mal. Was sagst du? Deutlicher Unterschied. Also sehr kalt, ja. Das ist krass, oder? Wie viel Gramm waren da jetzt drin? Zwei? Ich habe... Die Waage ist leider ausgegangen zwischendrin. Ja. Aber das... Also das war auf jeden Fall nicht viel. Ihr habt es ja im Kopfbau gesehen. Aber ich finde... Also bis jetzt ist er nicht so intensiv, der Famous Apple. Sehr lecker, aber nicht so intensiv. Und ich finde, mit dem Eisberg zusammen ist auch fast der Rest an Geschmack fast übertünscht von der Kälte, oder? Ja, also fast komplett kalt. So eine leichte Note hast du noch von dem Famous Apple. Also die Kälte ist beeindruckend, aber ich finde... Also es war jetzt auf jeden Fall zu viel. Ja. Ja. Das waren ja jetzt nur circa zwei Gramm in dem Köpfchen. Also heftig. Von der Kühle heftig. Kleines Negativ-Fazit. Man schmeckt den Grundtabak natürlich mehr. Ja, aber ich denke, wenn man ein bisschen kühl haben will und nicht so viel davon drin hat, wird das auch sich dann legen, wenn man noch genug von dem anderen Tabak mit drin hat. Was sagst du zum Famous Apple? Lass mich nochmal probieren. Ich habe den das letzte Mal halt vor knapp drei Jahren mittlerweile geraucht. Da habe ich mir den mitgenommen aus Russland von der Uka Club Show. Und seitdem hatte ich eigentlich gehofft, dass er auch in Deutschland kommt. Und ich mag den sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich finde den Schock Apple Pur nämlich ein bisschen zu sauer. Ich kann mir vorstellen, wenn man die beiden mischt, dass es eigentlich eine ganz gute Kombination ist. Von der Säure her dann. Also ich finde, er könnte noch intensiver sein. Ist jetzt auch der erste Kopf, den wir davon gebaut haben. Und leider auch alles, was ich von dem Tabak aktuell da habe. Vielleicht kann man da beim Kopfball noch ein bisschen was rauskitzeln. Ich finde, er müsste noch einen Ticken intensiver sein. Aber von dem, was man schmeckt, schmeckt er sehr geil. Es ist so ein saure Apfelringe-Apfel, ohne dass er zu sauer ist. So wie der Schock Apple. Aber er ist jetzt auch nicht süß. Ich würde fast sagen, er schmeckt wie so ein naturtrüber Apfelsaft in etwas weniger süß. Und so würde ich den beschreiben, oder? Ja, doch, das trifft es gut. Ja. Alright. Soviel zum Eisberg und zum Famous Apple. Und als nächstes gucken wir uns noch den Summer Basket an. So, okay. Das ist auf jeden Fall jetzt unser fertig gebautes Köpfchen. Summer Basket. So, was sagst du zum Summer Basket? Ich finde, zum Glück nicht so stark Wassermelonen. Ich finde eher fast Multi. Na, Multivitamin würde ich auch nicht sagen. Also es fällt schwer zu beschreiben. Ich weiß, was du meinst. Ich finde aber eher als Wassermelone, muss ich sagen. Ich finde, man schmeckt die Wassermelonenrote schon. Aber es ist eher diese süße Vape-Wassermelone als so eine Shisha-Wassermelone, die man bis jetzt kannte. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Oder? Ja. Und wir sind ja beide, muss man nochmal dazu sagen, beide Leute, die Wassermelone absolut nicht abstehen. Abstehen? Abkönnen. Abkönnen. Ich finde, man schmeckt auf jeden Fall die Wassermelone. Man schmeckt die Beeren. Und die Orange so leicht. Aber am wenigsten von allen dreien. Aber es ist wirklich faszinierend, dass da was mit Wassermelone rumkommt und ich trotzdem nicht schreiend weglaufe. Aber auch bei der Sorte, ich habe das Gefühl, der ist nicht so krass intensiv. Finde ich nicht. Findest du intensiv genug? Also wenn ich mir jetzt einen Chupa-Grupper vorstelle, einen Kiwi-Sona vorstelle, einen Real PF vorstelle, einen Red Orange vorstelle. Aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, der ist nur so, sowohl der als auch der Famous Apple, habe ich das Gefühl, die sind nur so auf 80%. Dafür, dass es Wassermelone ist, erschreckend gut, wie heftig das Ding umgesetzt ist. Was ist dein Kurzfazit zu den drei neuen Flamern? Eisberg finde ich sehr krass, wie kalt er ist, muss ich sagen. Also das ist für Leute, die Kühle haben wollen oder vor allem halt zum Mischen haben wollen, ist es glaube ich perfekt. Würde ich deutlich über den jetzigen Supernova stellen. Safe. Also für die Leute ist es perfekt. Den Summer Basket bin ich positiv überrascht, aber deshalb, weil ich halt kein Wassermelonen-Fan bin und in der Kombi schmeckt es, ich glaube, ich würde ihn mir nicht kaufen, weil, aber das liegt halt einfach daran, dass ich so nicht in diese Richtung den Tabak rauche, aber dafür ist er gut. Mein Favorit ist der Famous Apple auf jeden Fall. Ja, ich gehe komplett mit. Eisberg, krass kalt, der Famous Apple super nice und der Summer Basket überraschend gut, dafür, dass es Wassermelone ist, wird maybe auch nicht mein Lieblingsflavor von Blackburn, wahrscheinlich dann doch wegen dem Hauch Wassermelone, aber allein, dass der für mich rauchbar ist bei einem Wassermelone, ist schon eine positive Überraschung. Aber meiner Meinung nach könnten beide nochmal einen Ticken intensiver sein, aber abgesehen davon, geil.